So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meiner Kickstarter-Vorschau im Februar oder fast schon März 2018. Ja, gestern Abend ist, glaube ich, das Internet gefühlt explodiert, als Batman Gotham City Chronicles online gegangen ist. 1,5 Millionen hatte ich schon, jetzt bin ich weiß nicht, ich glaube nicht mal 24 Stunden, eingebracht ist von Monolith Board Games. Das sind die, die zum Beispiel Mythic Battles Pantheon oder auch Conan gemacht haben. Und wenn wir uns den Kickstarter mal angucken, dann sehen wir das, also erstmal sehen wir viel, viel Zeug, was es geben wird. Bevor es ans Gameplay geht, dauert das ziemlich lange. Hier bekommt man erst einen Überblick über alle Komponenten, die man so bekommt. Man bekommt wieder zwei Boxen, man kann schon Wayne Manor dazu kaufen, Arkham Asylum, das Batmobile. So eine Variante, wo man scheinbar so komplett gegeneinander kaufen kann, äh, kaufen kann, spielen kann. Und ja, dann bekommt man halt erstmal schön alles präsentiert, was es da drin gibt. Ich bin da nicht drin, ich werde auch nicht reingehen. Warum, werden wir gleich sehen. Also man bekommt wirklich eine Menge, Menge, Menge Stuff. Und ich denke, der Kickstarter wird noch ein bisschen weiter abgehen und dann wird es auf jeden Fall noch deutlich mehr Kram geben. Aber, ja, also könnt ihr euch das selbst angucken. Warum, ich blätter jetzt noch ein bisschen schneller durch. Das sind hier schon die ganzen Stretchgoods, die schon freigeschaltet wurden. Das sind auch schon eine Menge. Und die, ja, Quick Overview, das Regelheft kommt in der zweiten Woche auf Französisch und Englisch. Da kann man dann mal wirklich genauer reingucken. Mir reicht aber persönlich schon, wo haben wir es denn? Ja, dieses komische Cube Management System mit der Reserve Zone, der Fatigue Zone, der Wound Zone. Also ich werde wirklich mal in die Regeln reingucken. Das sieht aus wie so ein bisschen so ein Euro-Element. Dieses Managen dieser Aktionswürfe, die man hat, das gab es halt schon in Conan. Und das hat mir da überhaupt nicht gefallen. Also Conan war ja auch so ein bisschen so Dungeon-Crawler. Auch so einer gegen viele angehaucht. Ähm, eh schon so ein System, wo man sagt, hm, das noch so zeitgemäß ist. Ähm, und es hat einfach dazu geführt, dass das Spiel bei mir nicht auf den Tisch gekommen ist. Weil das war, äh, also, Gloomhaven hat gezeigt, wie man es richtig macht. So ein cooles Handkartenmanagement, das war interessant, hat Spaß gemacht. Dieses hier Würfelmanagen und Würfelrumschieben, äh, fand ich absolut, also überhaupt nicht interessant. Das Spiel hatte viele interessante Ansätze, Conan. Das wird Batman sicher auch haben. Aber ich habe mir das vorhin auch nur bis hierhin angeguckt. Also, ne, da sage ich einfach mal deinen Danke, möchte ich nicht haben. Und, äh, werde mich vielleicht hinterher wie bei Rising Sun, äh, Rising Sun ärgern. Ähm, dass ich es dann, ja, hier, ne, die Würfel da irgendwie hinlegen, da sind die irgendwie erschöpft. Also, das war so ein System. Ähm, da mag jetzt auch der geneigte Eurogamer sagen, boah, das klingt in der Theorie voll cool, das ist alles ein bisschen managen. Aber, also, bei Conan hat es auf jeden Fall für mich gefühlt nicht funktioniert. Conan hat auf Bordgemeek supergute Bewertungen. Also, es hat anderen Leuten scheinbar deutlich besser gefallen. Ich bin da nicht drin. Warum, wisst ihr jetzt hoffentlich so einigermaßen. Aber, äh, man bekommt auf jeden Fall eine Menge Stuff. Also, das ist auch so ein Ding. Wenn ihr das Geld habt, dann backt das einfach zweimal. Dann habt ihr es quasi einmal gratis, weil ihr das mit den ganzen Kickstarter-Extras sehr, 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 sehr sicher, ähm, einfach wiederkriegen, also, das Geld wieder rauskriegen werdet. Ich wollte gerade sagen, es gibt noch nicht so viele Reviews. Ähm, auf Deutsch scheint es da nicht zu geben. Das ist so ein bisschen schade, weil die mir, ähm, oh, es kommt sogar eine deutsche Version. Also, sie haben mir auf der Messe gesagt, sie hätten schon genug deutsche Rezensenten, aber scheinbar doch nicht. Ähm, ja. Wenn mindestens 2000 Deutsche mitmachen, dann wird es auch auf Deutsch erscheinen. Deswegen kann ich jetzt nur sagen, wenn ihr daran interessiert seid, dann backt es auf jeden Fall. Es kostet 140 Dollar, der Base-Game-Pledge und der All-In-Pledge, wo man dann noch irgendwie alle Erweiterungen, alle Extrasen weiter dazu bekommt, kostet dann 320. Da spart man wahrscheinlich noch ein bisschen was. Und, ja, also, wenn ihr das Geld habt, ne, weil viele sagen jetzt, oh, 23 Dollar ist viel, aber wenn ihr halt irgendwie zu den Leuten gehört, für die Geld jetzt nicht so die Rolle spielt, dann müsst ihr es auch nicht zweimal kaufen, um es euch zu finanzieren. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, eine Anlage, ähm, das, ja, soll in einem Jahr da sein. Bei Conan hat es deutlich länger gedauert, bei Mystic Battles war ich nicht drin, da muss man mal gucken. Aber, also, für alle Batman-Fans sicher total toll. Ich bin durchaus Batman-Fan, ne, Batman und Superman, das waren so die Superhelden meiner, ähm, Jugend. Aber, nee, auch da sage ich einfach mal, nein, danke. Aber alle, die drin sind, das, also, den Kickstarter auspacken, wird sicher eine Menge Spaß machen, wobei das bei Conan auch nur wirklich zwei Boxen waren, wo alles drin waren. Ähm, ja, aber Batman gerade live, auch Kickstarter. So, dann Chronicles of Crime, habe ich ja schon zwei Videos zugemacht, haben die meisten von euch sicher schon gesehen. Falls nicht, guckt ihr gerne mal rein, da sage ich relativ ausführlich was dazu. Gucken wir auch diese Seite an. Ganz, ganz wichtig, das Spiel wird auf Deutsch kommen, hat mir, also, hat mir zumindest der Publisher geschrieben, auf Facebook habe ich auch unter Videos gepostet. Ähm, äh, der deutsche Vertrieb ist noch nicht 100% gesichert, welcher das jetzt ist, aber es sind so viele interessiert, dass es auf jeden Fall einen geben wird. Und ihr könnt einfach das Ding, ähm, ähm, backen, einen Pledge machen, ähm, wenn dann irgendwie am Ende raus, kommt, oh, es gibt irgendwie doch keinen oder sowas, dann könnt ihr einfach wieder zurückziehen. Das ist bei Lucky Duck Games überhaupt kein Problem. Die überweisen euch dann sofort das Geld wieder zurück. Aber ihr werdet entweder am Ende, also wenn ihr in der Pledge Manager kommt, werdet ihr eure Sprache auswählen können, auch wenn hier jetzt Deutsch noch nicht dabei steht. Es wird auf jeden Fall auf Deutsch kommen, aber sie haben ja auch eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, äh, falls jetzt irgendwelche widrigen Umstände kommen, dass es doch nicht sein wird, ähm, dann könnt ihr einfach sagen, will ich nicht haben, und kriegt dann euer Geld wieder zurück. Also überhaupt kein Problem. Da einfach backen, wenn ihr wollt. Äh, Chronicles of Crime sind relativ viele Leute von Time Stories involviert. Habe ich auch schon kurz was zu gesagt. Ist im Prinzip so ein, so ein, ja, Krimi-Spiel, bei dem wir Fälle lösen müssen, indem wir halt irgendwie Tatorten untersuchen, Leute befragen. Die haben alle so einen QR-Code, den können wir mit dem Handy scannen. Dann sagen die uns irgendwas. Wenn wir im Befragungsmodus sind und scannen irgendwie, ähm, ähm, eine Torte, dann sagen die uns, ob sie dem Verdächtigen eine Torte geschickt haben. Wenn wir irgendwie ganz viele Blutspuren am Tatort gefunden haben, dann können wir einen Wissenschaftler die Blutspuren untersuchen lassen. Der sagt uns dann, welche Blutgruppe das ist. Und wir können alle Leute, die wir so verdächtigen nach und nach, auch irgendwie, ähm, nach ihrer Blutgruppe fragen, um dadurch den Täterkreis ein bisschen weiter einzuschränken. Und, und, also super cool gemacht. Äh, geht halt sehr stark in die Richtung von Sherlock Holmes, äh, Kriminalkabinett. Nur ein bisschen moderner umgesetzt, mit nicht ganz so viel, ähm, ja, Schreibarbeit. Man macht halt relativ viel übers Handy. Aber gerade, wenn man das zu zweit spielt, man ist trotzdem die ganze Zeit am Diskutieren. Man hat hier diese VR-Umgebung, wo man reingucken kann. Also ein super cooles Spiel. Ich habe ja einen Prototypen davon da. Habe schon die ersten, ähm, ja, anderthalb Missionen, das Tutorial und die erste Mission der fünfteiligen Kampagne gespielt. Ich freue mich richtig hart auf das Spiel, wenn das Ende des Jahres rauskommen wird und erscheinen wird. Und es wird auch gleich noch Erweiterungen dazu geben, die dann auch nochmal ein ganz anderes Setting führen. Wir werden auf einmal in Hollywood sein und in einer amerikanischen Kleinstadt und ähnliche über Timestories kann man das richtig hart und vielseitig erweitern. Also von mir in Empfehlung, back das Ding auf jeden Fall. Also ich weiß, ich persönlich, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich dieses Spiel häufiger und begeisterter spielen werde als Batman. Ich glaube, wenn ich mir Batman holen würde, es würde zwei, drei Mal auf den Tisch kommen, das war's. Und das Ding hier wird gespielt, wenn da Erweiterungen dazu rauskommen, die werden gekauft. Also für mich steckt hier in diesem Spiel, das ist nur eine persönliche Sache, in diesem Ding deutlich mehr Spielspaß und deutlich mehr Unterhaltungsfaktor und deutlich mehr so, wow, es ist cool und anders und neu und toll und, oh, Krimi-Fall, den wir lösen, als in diesem Batman-Miniaturen-Spiel, was, also wie gesagt, wenn ihr es cool findet, absolut toll, aber mich macht das halt null an. Ich bin halt eher jemand, der sagt bei solchen Spielen, wow, das klingt cool. So, dann Edge of Darkness von AIG, das ist der Nachfolger von Mystic Way im Prinzip, wo man ja dieses Card-Drafting hatte, sprich, wir haben uns im Spiel nicht ein immer größer werdendes Deck gebaut, sondern hatten so ein festes Deck an Karten, wo wir einfach die Karten modular immer in jeder Partie anders bauen konnten und das ist quasi jetzt der Nachfolger davon, der dieses Spiel erweitert, das halt mehr als ein reines Deckbauspiel daraus macht. Ich habe das auf der Messe in Essen schon probespielen können und kann daher schon so ein bisschen was berichten, wobei ich es schon wieder so lange her, dass ich die Hälfte vergessen habe, aber vom Grundprinzip her hat man hier dieses Board, hier oben und hier unten werden so Location ausgelegt, so Orte, die einem bestimmte Aktionen ermöglichen, da kann man Worker hinschicken, Arbeiter, dann kann man die durchführen und wir bauen im Prinzip ja ein gemeinsames Deck an Karten, das heißt, es gibt so ein Deckpool, da werden hier die Karten halt von gezogen, hier in der Reihe aufgedeckt und man kann halt irgendwie die Karten davon nehmen, die man gerade irgendwie braucht, hier auf dem, welche Karten man nimmt, muss man glaube ich, mehr Geld dafür ausgeben, nur jeder Spieler hat so eigene Karten in diesem Deck, wenn andere Spieler die nehmen, haben sie selbst auch Vorteile davon und die geben uns dann halt irgendwie Ressourcen, sorgen dafür, dass so neue Arbeiter bekommen, sorgen dafür, dass wir halt hier oben dann oder unten diese Aktionsfelder nehmen können, wo wir dann irgendwelche Aktionen durchführen können und hier sieht man das, 12 Location Boards, also da gibt es halt unterschiedliche Orte, die man benutzen kann, die aber unterschiedliche Aktionen geben und dann, ne, diese Dinger kann man immer in diese leeren Kartenhöhlen reinschieben und damit dann die Karten bauen, ne, hier sieht man dann den ganzen Stuff, der dabei ist, so ein Threat Tower, da werden dann irgendwelche, bei bestimmten Aktionen, ähm, wirft man seine Cubes hier oben rein, da ist dann, ja, es ist so ein Tower, wie man das auch bei anderen Spielen teilweise schon kennt, ähm, hier unten gibt es dann so drei Spots, wo denn die landen können und da liegen halt verschiedene Bedrohungen, irgendwelche Drachen, irgendwelche Monster aus und wenn in einem bestimmten Spot, ähm, eine bestimmte Anzahl an Würfeln liegt, meinetwegen hier drüben, der hat einen Wert von zehn und wenn da zehn Würfel insgesamt drin liegen, dann guckt man halt, von wem liegen da wie viele Würfel drin, ich glaube, der, der die meisten Würfel drin hatte, der kriegt dann irgendeine Strafe, irgendwie Punkte abgezogen oder keine Ahnung, ähm, das war halt so eine ganz interessante Verknüpfung von vielen, äh, Elementen, ist halt so ein bisschen das Worker-Placement-Deckbau-Card-Draft-Spiel, hier sieht man noch, was so noch dabei ist, hier sieht man noch mal die Boards ein bisschen, ähm, größer, das sind so die Player-Boards, man hat irgendwie seine Trained-Agents, da kommen halt die Worker hin, die man quasi hat, ähm, hier unten sind dann die ganzen Worker, die man irgendwie noch freischalten kann, ja, hier kann man irgendwelche Ressourcen hinstellen, irgendwie, äh, Geld, Punkte, Steine, hier kommen, glaube ich, Karten hin, wie gesagt, das ist schon lange her, dass ich gespielt habe und das sind dann halt die ganzen Karten, die es gibt, das sind halt diese durchsichtigen Höhlen, wo man dann so die, ähm, Elemente der Karten reinsteckt, das sind halt so die Karten, die den einzelnen Spielern gehören, ähm, die sind halt immer markiert mit dem eigenen Zeichen, sprich, wenn die später auflekt werden, weiß man, ah, die Karte gehört dem Spieler, wenn ich nutze, kriegt der irgendwas dafür und manchmal muss man die aber nutzen, weil die halt auch alle ganz andere, ähm, ja, Dinge einem bemöglichen, die man halt bei anderen Leuten nicht findet, das ist auf jeden Fall echt, ähm, ja, gut, gut gemacht, also es war auf jeden Fall ein solides Spiel, ähm, war jetzt nicht so, dass ich da gesessen hab und gesagt hab, wow, das ist jetzt irgendwie der neueste Shit, das beamt mich voll um, aber wenn ihr halt so, sag ich mal, gut gemachte, solide, äh, Worker-Placement-Spiele mögt, wenn ihr diese Card-Drafting-Mechanik interessant findet, wenn ihr das interessant findet, dass wir nicht jeder sein eigenes Kartendeck haben, sondern man eben von einem gemeinsamen Deckpool, äh, spielt, dann ist das durchaus, also es ist kein Stake-Spiel, es ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt in der aktuellen Zeit nicht so, ich sagen würde, es ist absolut herausragend, ähm, ähm, dieser Kickstarter jetzt ist von, ähm, AEG, eigentlich bringen alle, alle guten AEG-Spiele kommen von, ähm, Pegasus raus, das heißt, die Chance, dass es zur Messe, oder kurze nach, also im Herbst, ja, wir müssen gleich mal gucken, wann, das hier rauskommen soll, das soll rauskommen, Juni 2019, dass es nächstes Jahr zur Messe, auf deutsch erscheinen wird, ist relativ hoch, deswegen, könnt ihr den Kickstarter mal verfolgen, und wenn ihr seht, wow, das sind total die mega krassen Kickstarter, Extras, Excuses drin, ähm, könnt ihr das jetzt meinetwegen backen, meine persönliche Empfehlung ist aber, ähm, wartet einfach auf die deutsche Version, da wird auch alles kommen, natürlich, ähm, kann es wieder sein, dass es vielleicht nicht irgendwie alle Erweiterungen gibt, wobei Pegasus, ähm, da echt ganz gut ist, also sie haben auch für Mystic Whale, die, glaub ich, alle Erweiterungen bisher rausgebracht, ähm, die Frage ist halt immer, braucht man die alle, weiß ich nicht, ne, man wird das wahrscheinlich spielen, cool finden, aber es gibt 3000 andere Spiele, ähm, es ist nicht so schön, wenn es dann die dritte Erweiterung einfach nicht mehr gibt, äh, aber das müsst ihr halt selbst wissen, ähm, ich persönlich würde da eher empfehlen zu warten, und sich dann die deutsche Version zu holen, dann weiß man auch schon wahrscheinlich, aufgrund der englischen Erfahrung, wie jetzt wirklich die endgültige Meinung ist, nicht meine Meinung nach einer halben Partie, und, ja, das ist Edge of Darkness. So, dann Robin Hood and the Merry Man, ein semi-kooperatives und hochkompetitives Spiel in der, ja, legendären Stadt Nottingham, ist auch schon bei 165.000, und natürlich, das Robin Hood Thema, äh, spricht viele Leute an, ich wurde im Livestream auch schon diverse Male gefragt, hey, was sagst du zu Robin Hood, ich hab's mir bis dahin noch gar nicht angeguckt, ich hab jetzt gerade mal, ähm, einen ersten Blick in das, ähm, ein Video gesehen, da gibt's so ein Playthrough-Video, das hab ich nicht komplett geguckt, nur so die ersten 10 Minuten, und dann später mal reingeguckt, und, ähm, ja, mein bisheriger Eindruck ist, also man sieht es hier schon, ne, man hat die Kramerleiste außen liegen, und es sieht im Prinzip aus, so vom Brett her schon, ähm, wie so ein klassisches Euro-Game, und das ist auch ein Euro-Game, halt mit ganz, ganz viel Thema, also sie haben schon, glaub ich, versucht, ähm, die Grundidee von Robin Hood zu nehmen, und darum dann so ein Spiel zu designen, und nicht andersrum, dass sie ein Spiel designt haben, und dann gesagt haben, oh, da passt ja Robin Hood super gut zu, wobei das weiß man natürlich nicht, das Hunter-Würfel-Spiel hat auch ursprünglich mal im Mittelalter gespielt, ähm, und mein Eindruck davon ist auf jeden Fall, dass das ein Spiel ist, wo jetzt, ähm, kein erfahrener Vielspieler sagen würde, wow, das ist das Ding, das bereichert meine Sammlung, das ist so grandios, ähm, krass cool neu, aber, das ist halt einfach, wenn man das Robin Hood Thema mag, und sich irgendwie hinsetzen will, und irgendwas cooles, äh, spielen will mit so einem coolen Robin Hood Thema, dann ist das halt ein super nettes Ding, ich glaub, das ist auch was, damit kann man Spieler abholen, die jetzt nicht so die Hardcore-Gamer sind, denen man schon so ein paar Regeln zutrauen kann, wo man weiß, wenn man denen halt sowas hinsetzt wie Robin Hood, womit sie was anfangen können, dass die dann eben, ähm, auch dabei sind, und da kann man, denke ich, durchaus Spaß mit haben, ich denke nicht, dass es jetzt so sagt, also ich glaub nicht, dass es ein Top-100-Bordgame-Titel werden wird, ähm, dafür sieht das dann doch halt langfristig gesehen nicht so interessant, also interessant genug aus, ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube, das Thema wurde gut umgesetzt, und wenn ihr das halt irgendwie wollt, wenn ihr halt, dann sagt so, oh ja, ähm, so coole Euro-Games, vielleicht auch als Familienspiel, ich denke, das kann man auch ganz gut wirklich mit Kindern spielen, oder halt so mit Freunden, die eben nicht so, ähm, richtig krass Brettspieler-Fienen sind, ähm, wie gesagt, ich glaub, für mich ist das eher nichts, für mich wäre das sowas, wenn das jetzt ein Kumpel von mir backen würde, ich würde das so ein, zweimal mitspielen, aber, also ich muss, ich hab mir den Preis noch gar nicht angeguckt, ähm, ne, jetzt haben wir uns einmal hier so komplett durchgeblättert, ähm, das ist nichts, wo ich, äh, 5, 4, 4, 4 und 50 Dollar, das ist sogar ein Preis, der, ähm, okay ist, also 44 Euro für so ein Euro-Game mit so einem tollen Artwork, so vielen tollen Komponenten in allem, ähm, das ist auf jeden Fall okay, bevor das, also man ist ja immer schon erstaunt heutzutage, wenn ein Spiel auf Kickstarter nicht 100 Dollar mindestens kostet, ähm, ja, aber wie gesagt, also mein, ja, das ist im Prinzip so mein Eindruck, ich würde euch empfehlen, äh, wenn ihr halbwegs englisch guckt, äh, guckt könnt, dann guckt euch dieses, äh, Playthrough-Video von, äh, Tantrum House an, die haben das auch echt ganz nett gemacht, ähm, die sitzen da dann halt zu, ähm, Fiat um den Tisch rum und man sieht die halt, wie sie spielen, haben gute Kameraeinstellungen, die zeigen halt genau alles von, oben und unten, man sieht, was sie so machen, das Video dauert ungefähr eine Stunde, das wird glaube ich auch so die reguläre Spielzeit sein, und da würde ich euch empfehlen, guckt euch das einfach, mal an, dann seid ihr glaube ich gut informiert, was, ähm, ja, das für ein Spiel ist, und ob das das für euch sein könnte oder nicht. So, dann ein Spiel, auf das ich auch über meinen Livestream aufmerksam gemacht worden bin, viele Leute haben da immer wieder von Dice Throne geredet, haben auch jetzt gefragt, bist du da drin, hast du das, kannst du das zeigen, ist total cool, ähm, äh, im Prinzip so ein, ja, so eine Art Marvel Dice, war es das so ganz grob, also ich hab's nicht gespielt, das ist wie immer, alles, was ich jetzt in den Spielen sage, außer ich hab's schon gespielt, äh, der basiert immer nur so auf Mutmaßung meinerseits, und dem, was ich aus dem Kickstarter raussehe, aber hier ist es eben auch so, ähm, das ist von Rockslay Games, die haben immer schon wirklich coole Spiele, die hochwertig gemacht sind, also da bekommt man auf jeden Fall in der Regel, ähm, was für sein Geld, und wenn man sich das hier anguckt, ne, man sucht sich halt einen Helden aus, ähm, die haben dann scheinbar verschiedene Eigenschaften, dann würfelt man halt seine Würfel bis zu dreimal neu, bis man die Würfel hat, die man braucht, um die Fähigkeiten zu aktivieren, die man so hat, dann kann man irgendwie scheinbar die Würfel benutzen, um seine Fähigkeiten abzugraden, um tollere Sachen machen zu können, man hat Aktionskarten, die man spielen kann, und scheinbar ist es so ein Spiel, ja, wo man halt seinem Gegner in your face haut, und, ähm, ja, da muss man einfach den anderen runterprügeln, und wer das dann gemacht hat, der hat dann gewonnen, und da gibt's ein Watch, ne, ein How-to-Play-Video, hab ich noch nicht reingeguckt, könnt ihr gerne mal machen, ähm, beim Kickstarter, äh, da sieht man schon, die Preise sind relativ hoch, ähm, für 59, also für ungefähr 50 Dollar, kriegt ihr halt die, ähm, Season 2 Helden, alle, äh, Completed Funding Quests, also scheinbar irgendwie alles, äh, beim anderen, also scheinbar ist das auch so gemacht, ähm, dass man auch so eigentlich sich so ein Grundset kauft, und dann kann man sich so nach und nach irgendwie noch mehr Erweiterungen dazu holen, hier habt ihr halt für 24 Dollar kriegt ihr halt das, oder 15 Euro sogar nur, kriegt ihr ja Starters-Helden mit wahrscheinlich dann irgendwie, ähm, zwei, äh, ja, Helden, mit denen ihr gegeneinander kämpfen könnt, und für 50 kriegt ihr halt alle, das sind in dem Fall, glaub ich, sogar acht, und, äh, hier wird es so sein, dass ihr wahrscheinlich auch dann, äh, für irgendein Ding hier, genau, aus diesen 1, diesen 2, eine Playmatter zu kaufen könnt, Sleeves für alles, ähm, ja, für 137 habt ihr dann einmal alles, und, ja, da kann man, wenn man jetzt so durchguckt, dann sieht man auch die Helden, ne, man sieht halt, wie viele Karten da drin sind, was die für eine Komplexität haben, was die für eine Waffe haben, ähm, kann man sich einfach schon mal so einen, so einen Eindruck verschaffen, hier sind wirklich scheinbar alle Helden, ähm, abgebildet, da könnt ihr einfach mal in Ruhe durchgucken, man sieht auch hier die ganzen Kickstarter-Extras, dass da, ähm, auch wieder schon eine Menge freigeschaltet wurde, sieht also auch durchaus interessant aus, hätte ich jetzt wirklich Geld wie Heu, würde ich da wahrscheinlich auch reingehen, ne, ne, die verschiedenen Plättstäbe, was die so alles umfassen, äh, wenn euch interessiert, wie Kickstarter wirklich funktioniert, ich hab ein How-To-Kickstarter-Video gemacht, äh, wo ich einfach versucht habe, das mal alles, ähm, umfassend zu erklären, ich hoffe, dass da keine, ähm, Fragen, äh, offen geblieben sind, da könnt ihr mal reingucken, dann wisst ihr genau, wann was kommt, wie das mit dem Plättschmanager funktioniert, ähm, hier seht ihr, ne, Europa ist Zone 2, das heißt, man zahlt, ja, acht Dollar Versandgebühren, sechs, je nachdem, was man, ähm, kauft, wird es halt immer preiswerter, und, ähm, ja, das ist Dice Throne, wie gesagt, ähm, sieht, ja, ich hab keine Ahnung, wie das gespielt wird, ich hab mir dann auch zu Season 1 leider noch nichts angeguckt, weil, ne, Zeit ist begrenzt, aber das sieht halt nach einem munteren, ähm, eins gegen eins, äh, wir werfen ein paar Würfelhorns ums Spiel aus, könnt ihr euch mal angucken. So, dann ein Spiel, das, äh, ich einfach ein interessantes, witziges Projekt finde, ist nicht teuer, deswegen bin ich da auch drin, ihr seht es hier, ungefähr 12 Dollar kostet das Ganze, äh, Page Quest Season 1, ähm, One Page But Big Story, äh, ja, ist auf jeden Fall ne ganz coole Idee, weil, man sieht das hier, das ist so quasi eine Seite, die man ausdrückt, auf dieser Seite erlebt man dann halt ein Abenteuer, muss da halt wirklich einmal, ähm, durch das Ganze durch, das sieht jetzt ein bisschen leer noch aus, so, es ist halt so wirklich wie so ein Comic aufgemacht, und das sind ja verschiedene Symbole, denen man seine Würfel zuweisen kann, wo man dann auch immer, äh, also es ist halt durchaus ein Wiederspielwert, weil man halt auch nicht immer den gleichen Weg gehen kann, und was auch wirklich interessant ist, man bekommt, ähm, so ein Abo, man bekommt halt jeden Monat mindestens einmal ein neues Abenteuer, wo man dann eben weiter sich, äh, durchspielen kann, wo man nochmal neuen Content bekommt, und man kann sogar im ersten Fall schon mal Probe spielen, das sollte ich vielleicht sogar mal, ähm, tun, ich bin da jetzt einfach drin, äh, irgendwo habe ich gelesen, dass es auch eine deutsche Version davon geben soll, genau, ne, Access to Digital Content, auch auf Deutsch, also auf jeden Fall schon mal cool, da werde ich auf jeden Fall reingucken, weil ich auch die, ähm, Let's Plays dann zeigen, das wird auch glaube ich relativ flott gehen, und ist einfach ein witziges Ding, also, ne, ähm, this gives six months of adventures, it can be even more, ähm, ja, in verschiedenen Szenarien, also ich bin wirklich mal gespannt, wie das dann wird, ob das irgendwie halbwegs interessant ist, oder wirklich nur eine Beschäftigungstherapie für den Abend, wo man, ähm, dann vielleicht nicht gerade Arkham Horror spielen kann, weil man da nicht genug Zeit führt, sondern sich einfach hinsetzt, und man dann eben einfach PageCraft Season 1 spielt, äh, das sind so bei 20.000, das ist ungefähr das Doppelte, bis knapp Dreifache von dem, was die eigentlich haben wollten, und, ähm, ja, ne, hier sieht man sowas andere Leute, zum Beispiel auf Bord, die dazu gesagt haben, und, ja, klingt auf jeden Fall einfach irgendwie cool, interessant und ganz witzig, deswegen bin ich da drin, und das könnt ihr euch ja auch mal angucken. So, das waren einfach die Sachen, die mich auf Kickstarter am meisten angesprochen haben, es gibt aber durchaus noch mehr, wie man am Finanzierungsbeitrag, äh, sieht auch Spiele, die, ähm, auch halt viele Leute angesprochen haben, wo viele Leute drin sind, zum Beispiel, also das zeige ich euch jetzt nur mal wirklich im absoluten Schnelldurchgang, ähm, Subatomic, an Atomic Building Board Game, wo man irgendwie sich Atome baut, ähm, ja, wenn, also, die, also, ja, das ist ja mal so, man guckt sowas an, dann sagt man entweder, wow, das macht mich an oder nicht, und ich gucke mir das hier an, und das macht mich schon irgendwie überhaupt nicht an, das mag vielleicht ein gutes Spiel sein, ist halt immer der Haken, ähm, bei diesen Kickstarter-Dingern, wenn man die vorher ausprobieren könnte, wäre gut, ne, das geht euch ja genauso, deswegen bin ich ja ganz froh, dass ich jetzt, ich glaube, in den letzten sechs Wochen habe ich irgendwie sieben, acht Anfragen über, für Kickstarter-Vorschauen bekommen, ähm, dann haben wir hier noch Pipe Detective, ja, auch so ein Detektiv-Spiel im Pipe-Universum, was, glaube ich, in erster Linie so, durch seine Grafiken, ähm, besticht, und, ja, Gameplay-mäßig auch, Würfel, mit denen man Aktionen triggern kann, und so, kann auch, mag vielleicht ein gutes Spiel sein, mich catcht, also, das Thema an sich catcht mich schon, weil das, ja, finde ich schon eigentlich sehr ansprechend, aber, boah, ich weiß nicht, ob da ein gutes Spiel hinter steckt, weiß nicht, deswegen werde ich auch da warten, bis es draußen ist, dann haben wir City of Gears, ähm, das mag auch ein gutes Spiel sein, aber sagt mir halt auch so gar nichts, und, das sind halt auch so Spiele, da könnte ich mir jetzt natürlich auch irgendwie, wenn es denen gibt, irgendwelche Let's Play-Videos zu angucken, aber das ist auch immer eine halbe Stunde, bis Stunde pro Video, wenn man das wirklich ganz gucken will, wirklich erfassen will, worum es da geht, und, ja, auch da, hier gibt es gar keine Gameplay-Videos, das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, also da, ja, ein Spiel wahrscheinlich vor dem Entwickler selbst, also, ähm, ja, nee, dann Sonic the Hedgehog, ein Racing-Board-Game, das macht vor allen Dingen, glaube ich, weil es Sonic the Hedgehog als Thema hat, ähm, sein Profit, ne, man wird irgendwie hier Strecken laufen, müssen uns erst am Ziel sein, bin ich auch skeptisch, dass das wirklich interessant ist, alle die sagen, boah, Sonic, total geil, werden da wahrscheinlich auch sofort backen, aber, ähm, ja, nee, genauso wie Pandorum, The Board Game, da gucke ich mir nur die Karte und denke mir, puh, kann gut sein, muss nicht, also, Kickstarter, meistens ist ja so, die Sachen, die wirklich richtig groß sind, die sind dann meistens im Endeffekt auch gut, also diese kleinen Dinger, da können so kleine Perlen drinstecken, die einem dann entgehen, das ist absolut möglich, die werden sich aber, denke ich, hinterher dann durchaus, ähm, durchsetzen, ähm, vieles wird aber auch einfach nur, also, bei manchen Sachen auf Kickstarter, das ist ja einfach so, dass, ähm, dass, ähm, das in der Produktion einfach zu teuer wäre, wenn man das über einen regulären Verlag macht und dann nicht weiß, wie sich das hinterher verkauft, deswegen ist es gut, so eine Vor, einfach sich das quasi vorab schon bezahlen zu lassen, um das dann wirklich auch in der opulenten Aufstattung, ähm, ähm, ja, einfach machen zu können, aber hier sieht man schon, das ist ein Spiel, äh, vom, vom ganzen Design-Artwork her, das könnte auch ein normaler Verlag machen und das Spiel wird sicher auch bei zwei, drei Verlagen gewesen sein, die Frage ist dann immer, warum ist es nicht durch den Verlag gegangen, ähm, manchmal sagen sich die Leute wirklich, oh, ich glaub da dran, ich möchte da gerne irgendwie so viel wie möglich einfach kreativ selbst machen können, manchmal ist es auch die letzte Möglichkeit, das möchte ich dem Spiel hier jetzt nicht vorwerfen, aber das ist halt oftmals eine Frage, die man sich bei Kickstarter-Spielen durchaus stellen kann, ja, hier Space Park, hab ich einfach nur reingenommen, weil es, ne, Space Park, da sagen viele, wow, Thema klingt total cool und hier irgendwie so Raumschiff-Miniaturen, aber wenn man sich dann, äh, das hier anguckt, denkt man sich auch so, mh, ich, äh, weiß nicht, und hier auch dieses Laruna Age of Kingdoms, ne, ein High Fantasy 4X Spiel mit hohen Level von sozialer Interaktion, das klingt super cool, wenn man sich hier den, äh, ein bis sechs Spieler, zwei bis vier Stunden, äh, wenn man sich dann hier den Plan der Miniaturen anguckt, das macht mich auch total an, aber das ist halt auch so ein Ding, das würde ich gerne ausprobieren, um dann zu gucken, wie das ist, also Kickstarter ist ja auch immer, bei manchen Sachen, wie gesagt, weiß man halt einfach, hey, das wird auf jeden Fall cool und irgendwie ein Erfolg, wenn nicht, kann man es halt wieder gut verkaufen, bei anderen Dingen denkt man sich so, ja, das klingt, das hat ein Vielversprechen, und wenn man dann da irgendwie, also ich hoffe, dass es nicht so teuer sein wird, ähm, 70 Dollar reinstecken muss, oder 70 Euro, ist halt eine Ansage. Ja, das war einmal so der Kickstarter-Überblick, ne, es gibt hier auch noch irgendwie so, so ein, scheint irgendwie ein Rollenspiel zu sein, das ist auch bei 1,5 Millionen, ähm, aber wie gesagt, also englische Rollenspiele, mhm, deutschen Marken, also gibt es sicher auch viele, die das machen, aber ich glaube, viele sagen auch, gerade bei Rollenspielen, äh, möchte ich es schon lieber auf Deutsch haben, es gibt auch ein Jane Austen-Rollenspiel, hier dieses Cooks und Crooks-Ding, geht auch ganz, ähm, gut ab, es gibt von den Leuten, die dieses, ähm, Tortuga-Spiel gemacht haben, das auch in so einer, ähm, Buchbox quasi war, gibt es auch was Neues, und, ähm, ja, Dive-Set, das hatte ich ja im letzten Video schon drin, also alles, hier auch so ein Spiel mit LEDs, ja, ja, also guckt da einfach mal selbst rein, da lade ich euch mal zu ein, Kickstarter, da geht gerade ganz schön gut was ab, ich finde es schön, dass das Spiel hier schon bei, ähm, 200.000 ist, ich hoffe, dass das noch deutlich mehr abgibt, ich denke, es wird am Ende so bei, 300.000 ungefähr rausgehen, eine halbe Million wäre sehr cool, und wie gesagt, ähm, sonst gibt es halt noch so, ne, Palm Island, ähm, ja, also so kleine, süße Spiele teilweise auch, guckt da mal selbst rein, es gibt gerade zwei, ähm, Kickstarter, wo man so, ähm, ja, ne, ähm, Coins irgendwie einfach, ähm, sich bestellen kann, den hier unten noch irgendwo, weiter unten, einen anderen, ist hier jetzt nicht gerade bei, also es gibt halt super viel zu entdecken, auf Kickstarter, schaut einfach mal selbst rein, werfen wir auch ganz kurz nochmal einen Blick in die Spiele-Schmiede, da habe ich mich jetzt nicht so intensiv mit auseinandergesetzt, ähm, das ist mal wieder, ähm, eine Erweiterung, auf Deutsch in dem auch, ist halt ganz cool, Lucky Duck Games, das sind ja quasi die, die auch Chronicles of Crime machen, das heißt, ich glaube, das ist schon mittlerweile die zweite Erweiterung oder so, ich bin echt drin, ich habe damals die Preview gemacht, aber das Spiel seitdem auch nicht mehr gespielt, weil mich näher damit beschäftigt, aber ich finde es halt gut, dass die so regelmäßig Content dafür, ähm, ja, organisieren, ähm, ne, ist auch schon super hart durch, ähm, Fleet Commander ist auch durch, wenn man da mal reinguckt, das ist im Prinzip so ein, so ein Tabletop-Miniaturenspiel mit halt, ne, wo man so verschiedene, äh, Raumflotten hat, ursprünglich hatte ich mit denen nochmal geschrieben, die wollten mir auch irgendwie eine englische Version davon schicken, aber, ja, vielleicht melde ich mich jetzt nochmal mit denen und frage mal, ob ich mir das zuschicken lassen kann, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, diese, äh, Miniaturenskirmelspieler, also selbst X-Wing, was ja nun 100% mein Thema ist, ähm, spiele ich einfach nicht, und ob man, ich glaube, Marcel hat das Ding hier sogar, hat er, glaube ich, aber auch noch nicht gespielt, aber, äh, ja, ist auf jeden Fall eine deutsche, ähm, ähm, Version und ist bestimmt auch ganz cool, Badlands, das ist ein Thema, was mich auch, also würde ich, wenn ich das Geld hätte, ich würde da spontan Geld reinstecken, weil es ist halt auch, ne, so, ähm, ähm, Mad Max, Post-Apokalypse-Szenario, und das finde ich immer cool, es hat ein Artwork, wo ich sage, okay, das geht auch so ein bisschen in diesen Mad Max-Style, ähm, müsste man sich eben auch mit beschäftigen, ob das, also, keine Ahnung, es gibt ja, ich glaube ja letztes Jahr dieses Wasteland Delivery, Express Service, was ich auch habe, noch nicht gespielt habe, werde ich euch aber auch noch zeigen, ähm, was ja auch so dieses Thema, ähm, bedient hat, und dieses Thema, ähm, ja, haut einen halt schon ganz schön um, hier sieht man auch so ein bisschen Spielablauf, was man alles so machen kann, ähm, das Wasteland Delivery Express Service ist einfach nur so ein Pick-up-and-Deliver-Spiel, ähm, das, für das, was es ist, schon ziemlich groß und komplex sein soll, und eigentlich auch mit deutlich weniger Regeln auskommen könnte, ähm, ja, wäre halt cool, wenn, ähm, das Ding hier ein tolleres Spiel wäre, es gibt da auch schon einige Vorschau-Videos zu, ja, müsste man vielleicht auch mal anfragen, mal gucken, wie lange das Ding noch läuft, wahrscheinlich, ja, 15 Tage, das wird in der Zeit leider nicht mehr klappen, und genau, Vikings Gone Wild, Gildenkriege ist auch schon durchfinanziert, so, und das war es jetzt wirklich, äh, für heute von mir, ich werde wirklich versuchen, also, ich dachte auch, mein letztes Kickstarter-Video hätte ich ja gerade erst gemacht, das ist aber auch schon wieder sechs Wochen her, also, ich werde versuchen, auf jeden Fall zu jedem größeren Release, oder zu jedem Release, wo ich sage, wow, das ist ein cooles Spiel, ähm, ein Video zu machen zu Kickstarter, auch wenn es meinetwegen erst ein, zwei Wochen nach meinem letzten Video war, und generell versuchen, die Abstände ein bisschen kleiner zu machen, dann rede ich vielleicht nur über drei, vier Spiele, aber es ist ja vollkommen ausreichend, weil das Video dauert jetzt auch schon wieder relativ lange, ne, kürzere Videos sind ja auch immer nichts Schlechtes, und, ähm, ja, ich werde versuchen, da am Ball zu bleiben, weil, wie gesagt, gratis auf Kickstarter auch eine Menge los, da wird dann auch wieder das Sommerloch kommen, und, ähm, ja, wenn ihr noch andere Spiele habt, die ich aktuell vielleicht vergessen habe, weil ihr sagt, wow, Burrows and Badgers, das sind nur Miniaturen, aber halt irgendwas anderes, hier ist total das coole Spiel, vielleicht kennt ihr auch irgendwen, der das entwickelt, und, das sollte man sich unbedingt angucken, dann sagt mir Bescheid, mir ist gerade noch eingefallen, äh, Museum Rush auf Deutsch, 5 dauert noch 20 Tage, das Spiel habe ich auch hier, die englische Version, ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen, es läuft noch 20 Tage, ich werde auf jeden Fall vor Ablauf dieser 20 Tage das Spiel gespielt haben, ich bin sehr neugierig auf dieses Spiel, denn dieses Spiel sieht aus wie Burger Brass, Burger Brass mochte ich, das ist schon mal gut, die Frage ist natürlich, wo sind so die Gemeinsamkeiten, Unterschiede zu Burger Brass, braucht man das eine, wenn man das andere schon hat, oder ist das eine gute Alternative, weiß man nicht, wird man sehen, werde ich euch aber auf jeden Fall ein Let's Play Video zu machen, und dann, ja, guckt, also wahrscheinlich werdet ihr einfach das Let's Play Video sehen, und dann wird es darunter den Link zum Kickstarter geben, und dann, ja, könnt ihr einfach mal gucken, ob das was für euch ist, das war es jetzt aber wirklich von mir, ich sage bis bald, und tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020